Unternehmensnachfolge soll einfacher werden. Da sind sich tatsächlich alle einig und die Wirtschaftswoche hat das Ganze jetzt auch mal aufgefasst und zusammengefasst, weil ein, zwei Politiker denken sich halt doch manchmal was und schauen ein bisschen über den Tellerrand hinaus und wollen die Firmenübergabe und vor allem auch die Unternehmensnachfolge etwas erleichtern. Wir haben uns den Artikel heute mal angeschaut beziehungsweise es sind zwölf Punkte. Ich werde nicht direkt auf alle eingehen und auch ein bisschen meine Meinung kundtun, weil viele der Vorschläge sind, ich sage jetzt mal auch mal wieder bürokratischer Unsinn beziehungsweise in meinen Augen auch nicht so praktikabel und was ganz, ganz wichtig ist und was mich wieder auch verwundert und das muss man auch sehen ist, dass bei so Artikeln das Thema Steuern von Politikern gar nicht in den Mund genommen wird. Also wie man die Unternehmensnachfolge erleichtert in rechtlichen Belangen finde ich auch wichtig, ist auch richtig, aber das wird tatsächlich nicht gemacht und deswegen schaut euch dieses Video jetzt ganz wirklich an, weil ich werde es so ein bisschen kundtun, was vielleicht praktikabel ist an den zwölf Punkten, was nicht, was dann im Endeffekt von den Vorschlägen in der Politik umgesetzt wird. Das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, die Wirtschaftswoche hat es so getitelt und ja, dann starten wir gleich rein. Wie ich schon gesagt habe, Unternehmensnachfolger sollen, ich sage jetzt mal bevorzugt werden, sollen es einfacher haben zukünftig bei der ganzen Geschichte. Und da ist es auch schon fast verständlich, kann man sagen, wenn man sagen muss, hier Generationenwechsel steht an bei jedem zweiten Familienunternehmen. Das ist auch das, was wir aus der Praxis hören. Also Kunden, die sich bei uns eintragen, sind oft Familienunternehmer, die entweder sagen, ja, mein Sohn und meine Tochter wollen es nicht machen, deswegen verkaufen wir. Und auf der anderen Seite haben wir auch tatsächlich Unternehmer, die bei uns anfragen und sagen, hey, ich möchte übergeben, aber ich weiß gar nicht, wie ich das gestalten soll. Und da sehen wir uns auch wirklich ganz arg in der Aufgabe zu sagen, hey, dieses Thema muss man angehen und vor allem der Generationenwechsel sollte gut strukturiert sein. Und die zwölf Punkte können helfen, ich kann es nicht genau sagen, aber was ich sagen kann, ist, es ist ganz krass, wie viele einfach Familienunternehmer jetzt in den nächsten drei Jahren Generationenwechsel haben. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich habe es auch in anderen Videos schon gesagt, über 125.000 Firmen laut KfW stehen vor der Übergabe. Und man muss immer bedenken, nicht alle sind verkäuflich und nicht alle sind übergabereif. Weil es gibt natürlich auch Einzelkämpfer, die vielleicht gar keine Chance haben oder die vielleicht durch eine Fusion einfach besser gestellt werden. Ja, es ist mal eine Grüne aus Justizministerium in Nordrhein-Westfalen, die den Vorschlag gemacht hat, die zusammen mit den Kollegen aus Hessen und Niedersachsen an den Buschmann, unseren Justizminister, quasi die ganze Unternehmensnachfolgesache ein bisschen angehen möchte. Wie gesagt, ich vermisse bei der ganzen Geschichte einfach Folgendes und zwar die Problematik und vor allem auch die Schwierigkeit, dass man nicht nur das Rechtliche abstimmen sollte, sondern man sollte auch steuerrechtlich ein bisschen was tun. Es wird zwar viel im Erbschaftssteuerrecht getan, wenn jemand stirbt und das Unternehmen weiterführt, dass er dann von der Erbschaftssteuer befreit wird. Aber das geht mir manchmal nicht weit genug, weil oft gibt es auch Sachen, ich will mal kurz aus der Praxis erzählen, also dass ihr das wisst, wenn man ein Unternehmen übergibt oder wenn man es vererbt bekommt, dann hat man eine gewisse Frist einzuhalten. Die Frist beträgt glaube ich sieben Jahre, in der du die Lohnsummen gleich halten musst, also sprich eine gleichbleibende Lohnsumme der Gesamtbrutto-Beschäftigten, die du erhalten musst. Aber was ist, wenn dein Geschäftsprozess einbricht? Was ist zum Beispiel jetzt während Corona, wenn irgendwelche Geschäftszweige eingestellt werden müssen etc. pp. Das ist einfach nicht gut genug in meinen Augen dargestellt und es sollte auch so sein, dass Firmenübergaben und deswegen haben wir uns das auch zur Aufgabe gemacht, deswegen klären wir auch auf, entweder früher gemacht werden, dass du Schritt für Schritt übertragen kannst, ohne irgendwelche lästigen Übergangsfristen. Oder ganz ehrlich, wenn sich auch was ändert, ich bin ja auch mal in der Heimbranche unterwegs gewesen, da ändert sich alle 10 Jahre mal was in den Bauvorschriften, jetzt überlegt euch mal, ihr könnt vielleicht das Heim oder den Dienst gar nicht mehr halten, müsst verkaufen, weil die finanziellen Sorgen zu groß werden oder müsst Teile verkaufen oder sogar fusionieren und dann wird noch irgendwie Erbschaftssteuer dafür fällig. Das ist dann schon nicht Sinn und Zweck, weil man muss immer auch überlegen und das sage ich euch, so wie ich hier sitze, Unternehmen, die aufgebaut worden sind, die 30, 40, 50, wir haben auch jetzt gerade, wir sind gerade in Transaktionen, da sind Unternehmen über 100 Jahre alt. Überlegt euch mal, wenn ein Unternehmen 100 Jahre am Markt ist, dann hat es schon genug Steuern gezahlt, da muss man nicht nochmal irgendwie das Ganze machen. Ja, es soll einfach darum gehen, die Lücken im Kaufrecht zu schließen, auch in dem Artikel und auch so ein bisschen die Flucht vom Ausland ein bisschen einzubremsen und vor allem auch zu sagen, ja, bleibt hier in Deutschland und dass wir uns nicht mehr so viel auf ausländisches Recht beziehen. Was ganz wichtig ist, dass kleine als mittelständische Unternehmen davon profitieren sollen. Wir vertreten ja auch immer den Mittelstand, deswegen sage ich es auch immer wieder, der Mittelstand ist einer der größten und besten Wachstumstreiber in Deutschland. Ich glaube, wir tragen am meisten zum Bruttoinlandsprodukt auch bei und sichern sehr, sehr viele Arbeitsplätze, deswegen sollte die Nachfolge tatsächlich auch rechtssicher sein. Und ja, da kommen wir auch schon in die einzelnen Punkte rein, wo ich ganz klar zustimmen kann, ist natürlich die Definition des Vertragstyps, also wie man Share-Deal oder Asset-Deal, das haben wir auch schon mal erklärt. Share-Deal, ganz kurz gesagt, ist halt einfach, ich übernehme die Shares, also die Gesellschaftsanteile einer GmbH, die Rechtsform ändert sich nicht. Und der Asset-Deal ist, ich nehme einzelne Assets, kaufe sie raus aus dem Unternehmen oder übertrage sie in ein neues Unternehmen oder eine neue persönliche Gesellschaft und kann dann weitermachen. Dann der Anwendungsbereich, natürlich die Klarstellung. Ich finde es, deswegen mache ich das ja auch, dass ich das heute so erkläre, gewisse, ich sage jetzt mal, wenn man es hier sieht, gewisse Paragrafen, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, das ist juristisch. Und ich mache keine Rechtsberatung, ganz klar, sondern ich möchte es dem kleinen Mittelständler oder dem Mittelständler verständlich machen. Und 311b im BGB Absatz 3 ist halt einfach, dass man ausgenommen von der Beurkundungspflicht ist, bei tatsächlich Übertragungen innerhalb der Familie stimme ich dem Ganzen komplett zu. Da muss ich auch sagen, dann spart man sehr viel Geld, weil überlegt euch mal, ihr übertragten Unternehmen, das, ich sage jetzt mal, 3, 4, 5 Millionen Euro wert ist, dann wird es natürlich für den Notar eine sehr interessante Geschichte, weil der ja gut Gebühren ziehen kann. Und auf der anderen Seite ist es einfach nur eine zusätzliche finanzielle Belastung, die bei Unternehmen, die vielleicht eh schon angespannte Situationen haben, die nach einer Nachfolge gerungen haben, schwierig zu finden. Und deswegen muss ich einfach sagen, dass das Thema Beurkundungspflicht bei Familienübertragungen stimme ich dem Ganzen zu. Aber auch nur soweit, wenn man quasi das auch im Erbrecht regelt, weil es ist ja natürlich so, ich bin auch gesegnet mit Geschwistern. Und wenn ich das Familienunternehmen übernehmen würde, sage ich jetzt mal, dann will ja vielleicht auch meine Schwester oder jemand anders, der Bruder oder sonst jemand, einen Anteil davon. Und das sollte dann auch nochmal klar abgegrenzt sein. Und bei fremden Transaktionen, finde ich, sollte die Beurkundungspflicht weiter bestehen bleiben. Da muss ich einfach widersprechen. Natürlich ist es so, aber die Beurkundungspflicht sorgt einfach dafür, dass ein neutraler Dritter, in dem Fall der Notar, das Ganze einfach nochmal feststellt. Ein Notar liest auch nur vor, brauchen wir auch nicht sagen, bei Unternehmenskaufverträgen, der prüft die rechtlich nicht. Dafür hat man Rechtsanwälte. Aber es ist einfach noch so eine gewisse Sicherheit, sage ich jetzt mal. Und wenn wir auch mal ehrlich sind, alles ist schön und gut, dass man vielleicht die Regeln aufweicht. Aber im GmbH-Recht sind wir dann schon so, wenn ein Gesellschafterwechsel stattfindet, der muss einfach beurkundet werden. Natürlich ist ein Gesellschafterwechsel etwas anderes wie ein Unternehmenskaufvertrag. Aber das möchte ich auch einfach nochmal sagen. Deswegen ist für mich der Punkt 2 so ein bisschen, ja, nicht so ganz interessant. Ja, bei Kaufpreisbestimmungen mit Schiedsgutachten, das muss ich sagen, kommt eigentlich sehr selten vor. Deswegen bin ich bei dem Punkt auch gar nicht dabei, da sage ich auch nichts. Und auch beim Vertragsschluss, dass quasi die Mitwirkungspflichten da sind und der Verkäufer quasi bis zur Übertragung, bis zur endgültigen Übertragung das Ganze als ein ordentlicher Kaufmann weiterführt. Was bedeutet ein ordentlicher Kaufmann? Ich sage jetzt mal so, er weiß, das Unternehmen ist verkauft. Also man hat schon einen Vorvertrag zum Beispiel unterschrieben und der Verkäufer beginnt irgendwie alles ganze Lager abzuverkaufen, die Konten leer zu ziehen, Mitarbeiter für überhöhten Lohn einzustellen oder Löhne zu erhöhen ohne Grund, nur um seinen Mitarbeitern auch etwas Gutes zu tun. Das ist natürlich klar, dass man da immer mitmacht. Aber ich sage jetzt mal so aus der Praxis, deswegen finde ich Punkt 4 besonders lustig tatsächlich. Ich habe jetzt insgesamt 12 Transaktionen die letzten 4 Jahre begleitet und ich kann sagen, das steht eigentlich in jedem LOI, also in jedem Letter of Intent, in jeder Vorgesprächung, in jedem Protokoll drin, dass wenn man sich einig ist, also wenn man quasi eine Kaufabsichtserklärung im LOI unterschrieben hat, dass man dann das ganze Unternehmen weiterführt, als wäre nichts gewesen, beziehungsweise als würde es weitergehen. Das entspricht einfach so den Grundsätzen. Deswegen finde ich es auch lustig, dass das jetzt wieder als Empfehlung irgendwie juristisch aufgenommen werden soll. Ich glaube, da sind wir alle erwachsen genug, um das zu machen. Dann Gewährleistungsansprüche beim Beschaffenheitsbegriff, das sind alles sehr juristische Themen, die würde ich jetzt einfach mal auch so skippen. Dahingehend, weil ich immer sage, Gewährleistungsansprüche, Gewährleistungsrecht sollte natürlich individuell geregelt sein für tatsächlich Unternehmenstransaktionen, aber ich finde, das sollte nicht aufgeweicht werden, weil tatsächlich ist es auch so, dass das ganze Thema immer wieder auch zu Fehlern und zu Sachen führt. Ich bin immer noch der Meinung, was auf jeden Fall dazugehört, das kann ich außer Praxiserfahrung sagen, eine ordentliche Due Diligence sollte der Käufer immer durchführen. Das sollte auch im Kaufvertrag vermerkt sein, das ist ein kleiner Praxistipp von mir. Es sollte immer vermerkt sein, dass die Partei eine Due Diligence durchgeführt hat, dass sie ein Ergebnis präsentiert hat. Und damit ist man eigentlich alles, kann man alles beseitigen, weil man muss immer so dieses, ich nenne es jetzt einfach mal, das Offenlegen hilft dir, dich später abzusichern. Das bedeutet, hast du alles offengelegt, egal was es ist und wenn es wirklich die Putzfrau ist, die eigentlich noch bei dir privat putzt, sag ich jetzt mal, wo du aber ihm nicht sagst. Und das ganze Thema wird dann später schwierig, weil die Putzfrau vielleicht nicht mehr voll ausgelastet ist, sag es und mach es auch in der Due Diligence kenntlich. Und deswegen sage ich 5 und 6 und auch 7, so Mängelrechte und das ganze Thema, finde ich, das sollte eigentlich so bleiben, wie es ist. Und ich finde auch, es sollte nicht so arg aufgeweicht werden oder eigentlich so bleiben, wie es ist, weil da bin ich ganz, ganz kritisch tatsächlich. Zum Thema Verjährung, da bin ich tatsächlich so, es sollte eine einheitliche Verjährungsfrist bei Unternehmensverkaufverträgen gelten, also es sollte wirklich was Eigenes angepasst werden. Das finde ich auch super so, weil in manchen Fällen hat man 5 Jahre, in manchen 3, in manchen 2 und wenn es da einen einheitlichen Wert gibt, weil, sind wir auch mal ehrlich, nach spätestens 2 Jahren muss man das neue Unternehmen kennen und dann kann ich nicht plötzlich kommen und sagen, oh, jetzt ist aber hier noch ein Sachmangel da, weil der jetzt plötzlich aufgedeckt war. Also wenn man 2 Jahre arbeitet und den Sachmangel nicht findet, dann ist das schwierig. Natürlich gibt es da auch wieder Sonderfälle, aber ich sehe zu 99% eigentlich da eine ganz gute Sache. Der Punkt 10, der freut mich am meisten tatsächlich und da muss ich auch sagen, das ist was, wo ich wirklich auch begeistert ein bisschen von bin, dass das jetzt mal einfach reingeworfen wird in die Politik, ob es jetzt unser lieber Justizminister umsetzt, ist jetzt auch wieder Frage. Natürlich aber einfach die Zustimmungsrechte bei Drittparteien, weil wir hatten schon Deals, da musste dann wirklich die Drittpartei, also sprich beim Rechtsübergang auch Betriebsrede oder auch Mitarbeiterzustimmungen und so Sachen. Gerade bei Asset-Deals ist das ganz schwierig oder auch Vertragspartner, die mussten zustimmen, hat er nicht zugestimmt, dann ist der Deal geplatzt. Und ich finde einfach, da sollte man tatsächlich das erleichtern, das ganze Thema, also das man übertragen kann. Und die Voraussetzung finde ich auch gut, dass es eine Kompensation, wenn ein Dritter quasi eingreift, dass es reformiert werden muss. Weil ich finde einfach so, jetzt hast du zum Beispiel einen Lieferanten, der dich beliefert, der sagt dann, nö, ich stimme dem Ganzen nicht zu, weil das Gerät steht bei mir und der baut das Gerät raus oder andere Sachen. Also es sollte tatsächlich angepasst werden. Es steht jetzt leider natürlich nichts drin über den 613 ABGB, Betriebsübergang im Endeffekt. Aber ich finde, da sollte es auch eine Erleichterung geben und ich finde einfach auch, wenn es um ein Unternehmen geht und es gibt einen Betriebsrat, der Betriebsrat hat nur eine, in meinen Augen sollte nur informiert werden und sollte nicht irgendwelche Veto oder andere Rechte haben. Aber ja, das ist meine Meinung, das sehen natürlich andere auch manchmal anders, aber in meinen Augen ist es so. Ja, dann natürlich privatrechtlicher Übergang. Also es bedeutet, dass die Rechtsposition einfach personenbezogen abgebaut werden soll. Ich kann mal einen Schwank aus der Vergangenheit erzählen, als ich das Familienunternehmen übernommen habe, war es auch so. Ich hatte, bevor wir das überhaupt gemacht haben, habe ich sehr viel mit Heimaufsicht, mit verschiedenen Behörden, wegen Bestandsschutz einfach gesprochen. Und da ist es tatsächlich so, also gerade auf dem Gebiet, dass, wenn es so ist, die Übertragung dann auch gilt. Ich sage jetzt mal, gerade bei Familienübertragungen. Jetzt sind wir mal ehrlich, der Vater geht mit 70 in Rente. So, dann übernimmt der Sohn und jetzt sollen für den Sohn tatsächlich neue Regeln gelten. Der soll viel Geld investieren in eine Firma, die vorher einfach funktioniert hat, weil sie noch Bestandsschutz hatte. Ich sage jetzt mal, Themen Brandschutz bin ich ganz fein damit. Aber gerade zu Umbaumaßnahmen oder so Sachen, warum ihm gleich Knüppel in den Weg legen, da bin ich eher dafür, wenn so, ich sage jetzt mal, Bestandsschutz abgebaut wird, dass man da auch Fristen bekommt, zum Beispiel eine Zehnjahresfrist. So, wie es auch bei anderen Sachen ist, dass man sagen kann, okay, du hast jetzt übernommen. Ich sage jetzt mal, deine Personalräume entsprechen jetzt nicht unbedingt der Norm. Du hast jetzt 10, 15, 20 Jahre Zeit und nicht einfach ad hoc und sagen, jetzt kommt's. Und da ist es dann auch so. Genauso ist es auch, dass der Punkt 12 für das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen empfiehlt sich im Anschluss Neuregelungen in der Prüfung beschränkten Bereichsaufnahme für große Unternehmen unter Beteiligung der Praxis. Ja, allgemeine Geschäftsbedingungen, das ist so ein Thema, das sage ich, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen ein Alibi-Thema. Das sollten Juristen machen, aber nicht wir. Von daher bin ich da eigentlich ein bisschen weg davon, was ich sagen kann. Und deswegen möchte ich auch nochmal, ich scrolle mal ein bisschen hoch, einfach, wenn man das sieht, der Senior, der Junior, der vielleicht übernimmt oder der Senior, der abgibt an einen Mitarbeiter, an einen, ich sage jetzt mal, wirklich guten Mitarbeiter oder einen guten Partner oder vielleicht auch an einen externen. Macht es einfach nicht so schwer. Was mich, wie gesagt, da ein bisschen ärgert, und das ist so abschließend zu sagen, ist, das ganze Thema nur juristisch anzupacken. In meinen Augen muss es auch steuerrechtlich angepackt werden. Und vor allem, mit steuerrechtlich meine ich nicht irgendwelche Erleichterungen, sondern auch mit Förderungen verbunden sein. Natürlich gibt es die KfW für Erweiterungen, Firmenübernahmen etc., günstige Kredite, tilgungsfreie Kredite. Aber wir haben jedem zweiten Familienunternehmen das Problem, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Dass wir nicht wissen, ob eine Übergabe erfolgreich sein kann. Macht es den Leuten nicht so schwer und helft denen steuerlich, weil ihr müsst es immer so sehen. Und das ist, natürlich hören das die Linken in der Presse und in den Medien nicht gerne. Ihr müsst nicht immer den bösen Unternehmer als den bösen Wolf sehen, sondern tatsächlich, ihr müsst den Unternehmer dahingehend sehen, er zahlt, selbst wenn er von der Erbschaftssteuer oder einer Schenkungssteuer befreit ist, er zahlt Mehrwertsteuer, er zahlt Gewerbesteuer, er zahlt Körperschaftssteuer, wenn es eine GmbH ist, er zahlt Einkommenssteuer, wenn es ein Einzelunternehmen ist, er zahlt Lohnsteuer, er zahlt Sozialabgaben, er zahlt unter Umständen noch irgendwelche Mineralölabgaben oder CO2-Abgaben, schieß mich tot. So, ich habe jetzt ohne, dass ich nachdenken musste, sieben, sieben Steuerarten aufgezählt, die den Unternehmer unter Umständen belasten. So, und die den weiter belasten, auch wenn er es weiterführt. Und deswegen muss ich einfach sagen, und die Kapitalertragsteuer habe ich noch gar nicht gesagt, also bei Gewinnausschüttungen zum Beispiel, der kommt ja auch noch dazu, das kommt halt alles und das muss man halt aussehen. Und wo ist da das Problem, Leuten es einfach zu machen und zu sagen, du kriegst jetzt ein Unternehmen, ich sage es mal als Sohn, als Sohn, du kriegst das Unternehmen und dafür musst du jetzt keine Steuern bezahlen und du hast keine Fristen, du hast nichts einzuhalten, sondern du schaust einfach, dass du das machst. Und genauso, und das sehe ich wirklich ganz, ganz heftig so, genauso soll es sein bei anderen Sachen, man sollte da einfach ein bisschen Begünstigungen schaffen. Und ganz wichtig, und das ist viel, viel, viel wichtiger, Bürokratieabbau bei der Unternehmensübertragung. Und so wie ich das hier halt sehe, sind zwar zwölf schöne Punkte, sind wirklich gute Punkte auch dabei, an manchen bin ich voll der Meinung, an manchen widerspreche ich, aber, und das ist das Wichtigste überhaupt, in meinen Augen sollte dieses Thema ja dementsprechend ein bisschen besser angepackt werden und vollumfänglich und nicht nur immer der juristische Aspekt, der steuerrechtliche Aspekt, der Bürokratieaspekt, immer einzelne Punkte und dann wirklich nur die Krosinen picken, sage ich jetzt mal, oder nur die Krümel nehmen, sondern nehmt das ganz Paket mal an und macht die Übertragung einfacher, weil je leichter die Übertragung, desto mehr kriegen wir auch wieder ins Unternehmertum rein und nicht in die Konzernstrukturen, sage ich jetzt mal. Es ist so, wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen tatsächlich. Und wenn ihr euer Unternehmen verkaufen wollt oder eure Nachfolge regeln wollt, ganz wichtig, dann meldet euch bei uns unter www.ottakonsult.de und dann helfen wir euch tatsächlich dabei, euer Unternehmen erfolgreich an einen richtigen Nachfolger zu geben. Und wir haben auch jetzt eine ganz neue Art, ihr könnt uns auch mal kennenlernen, weil wir ja mit einem Zwei-Säulen-System arbeiten und zwar einen Demokurs haben wir auch gemacht für euch, da könnt ihr euch kostenlos bei uns auf der Homepage eintragen und da könnt ihr dann einfach mal schauen, wie es ist mit uns zu arbeiten und wie unser Kurs so aussieht und vor allem auch, ja, um uns näher kennenzulernen. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.